Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Alpcasts. Es freut mich, dass ihr mal wieder eingeschalten habt und heute, und ich verspreche es euch, ich habe es euch auch in der letzten Episode versprochen, werden wir keinerlei Themen bezüglich dem Bergführen aufreißen. Nein, wir ersparen uns das heute definitiv. Es ist natürlich ein kontroverses Thema gewesen und die letzten Wochen haben mich natürlich auch wieder viele E-Mails erreicht, mich haben viele Nachrichten erreicht mit diversen Meinungen zu diesem Thema. Und ich finde, irgendwo sollte man das Ganze dann auch mal, ja, ich sage mal, gut sein lassen, abschließen und sagen, okay, wir haben teilweise die gleiche Meinung, teilweise ganz unterschiedliche Meinungen und ich finde das ganz, ganz gut. Und ich finde es auch gut, dass ihr da nicht davor Halt macht, auch eure Meinung kundzutun, wie immer. Freut es mich auch, dass es in den Kommentaren relativ sachlich zur Sache geht. Natürlich habe ich immer wieder auch mal so ein paar Ausreißer dabei, wo manche leider nicht wirklich argumentieren oder diskutieren wollen, sondern lieber darauf außen zu streiten und ihren Standpunkt durchzudrücken. Und das, wie gesagt, das habe ich auch das letzte Mal eigentlich schon angemerkt. Das will ich nicht. Ich lösche solche Kommentare nicht, aber ich finde das einfach unbrauchbar. Es geht komplett an der Grundidee, an der Debatte und an der Diskussion vorbei, einfach nur zu sagen, ich habe recht. Naja, das ist irgendwie ein bisschen schwach, aber gut. Diskutieren kann man natürlich auch über das heutige Thema und ja, wie das meistens bei mir so ist. Es wird nicht wieder dabei bleiben, dass alle einer Meinung sind. Und gerade das heutige Thema, ihr habt es im Titel gelesen, Klettersteige. Das ist natürlich besonders, sagen wir einfach mal, brisant. Denn man muss sagen, dass die Klettersteige in den letzten Jahren natürlich immer mehr wurden und die Klettersteige auch immer beliebter werden. Und da gibt es sehr unterschiedliche Herangehensweisen, wie man als Alpinist damit umgeht, dass es jetzt quasi statt einer Kletterroute oder statt einem normalen Weg auch Klettersteige als Alternative gibt. Und ob das jetzt was Gutes oder was Schlechtes ist, naja, das sei mal dahingestellt. Vielleicht kommen wir ja im Laufe der heutigen Episode dahinter. Ob es vielleicht für einen persönlich auch irgendwo Sinn macht, Klettersteige zu besuchen oder sie zu meiden und so weiter. Grundsätzlich finde ich es immer interessant und wichtig und spannend, wenn man sich kurz mal in die Vergangenheit begibt und sich anschaut, wie Klettersteige eigentlich früher genutzt wurden, was für einen Sinn und Zweck die hatten. Und gerade dann diesen Umbruch, diese Umschwungszeit mal anzuschauen, in der dann Klettersteige von einem zweckmäßigen Fortbewegungsmittel zu einer spielerischen Art des Bergsteigens wurden. Und das kann man natürlich auch kritisch sehen, aber schauen wir uns das mal erst an. Klettersteige, die haben eine sehr, sehr lange Vergangenheit. In der Tat gab es die ersten Klettersteige schon in der Kriegszeit. Und da wurden schon gerade für den Ersten und Zweiten Weltkrieg, zum Beispiel in den Dolomiten oder auch in Nordtirol, Steige gebaut, um quasi Soldaten einen schnellen und sicheren Aufstieg zu ermöglichen. Sicher ist natürlich relativ, so richtig sicher war das auch nicht. Aber grundsätzlich ging es darum, das felsige und das komplexere Gelände schneller begehbar zu machen und vor allen Dingen sicherer zu machen, um vielleicht auch gegenüber dem Feind mehr oder weniger Vorteile zu haben. Und vereinzelt gingen natürlich Klettersteige auch schon deutlich weiter zurück in die Vergangenheit, also auch schon weiter vor dem Ersten Weltkrieg. Aber viel weiter zurückblicken braucht man nicht, denn da finden wir uns gar nicht so sehr in der Zeit der Klettersteige wieder, sondern da hat man sich dann anders zu helfen gewusst. Denn so richtig die massentaugliche Stahlproduktion, die lief erst tatsächlich so in den 20ern bis 50ern dann so richtig an. Und da gab es dann Stahl auch leistbarer, gerade für den Staat und für die Armee. Und dann später natürlich auch für die Vereine, für die Alpenvereine oder auch für Privatpersonen heute, die ja auch immer öfter für Steige oder aber auch Kletterrouten verantwortlich sind. Klettersteige haben also eine Tradition. Sie sind irgendwo im Bild des Bergsteigens verankert und sie sind definitiv kein Fremdkörper des Alpinismus, wie es manche so nennen. Und natürlich gehen diese manche, die sich über die Klettersteige der heutigen Zeit beschweren, auch wirklich nur auf die heutigen Klettersteige und die Arten der Klettersteige, die es heute gibt, ein. Klettersteige sind ein Diskussionsthema im Alpinismus und das weiß ich und deswegen ist das hier auch meiner Meinung nach der richtige Ort, um darüber zu diskutieren. Was ist das Problem? Wenn wir uns in der zeitlichen Entwicklung die 70er und 80er und auch die 90er Jahre anschauen, dann sehen wir, dass Klettersteige nicht unbedingt, dass sie nicht unbedingt beliebter wurden oder signifikant mehr wurden, sondern man hat sie wieder als praktisches Fortbewegungsmittel entdeckt. Und lange Zeit in den 50ern und 60ern war davon nicht so die Rede. Das waren keine saftigen Zeiten. Man hatte jetzt nicht so den Luxus, dass man hier als Privatperson oder als kleiner Verein sehr viel Geld für Stahlseile und Stahlverankerungen ausgeben konnte. Das war einfach nicht so. Deswegen hat man erst so in den 70ern und 80ern das Ganze wieder für sich erkannt und hat gesehen, ja gut, man könnte diese Klettersteige, die es natürlich vereinzelt auch schon damals schon seit fast 100 Jahren gab, man könnte diese Klettersteige ja ausbauen und natürlich zu so einem gewissen Alternativweg machen, um Berge auch irgendwie anders zu besteigen, vielleicht von anderen Seiten zu besteigen. Man sieht das beispielsweise in der Zugspitze, da gibt es vereinzelt Klettersteige, zum Beispiel den ganz klassischen übers Höllental. Da sieht man einfach, das hat eine Art alternative Aufstiegsroute ergeben und so haben die Klettersteige natürlich dann auch eine Daseinsberechtigung und natürlich auch Beliebtheit mit sich gebracht. Aber wenn man sich jetzt so genau anhört, was ich die ganze Zeit gerade gesagt habe, dann merkt man natürlich, wir sprechen hier von einer Fortbewegung am Berg. Das heißt, wir reden von alternativen Wegen, alternativen Möglichkeiten der Abwechslung, einen Berg zu besteigen. Viele Klettersteige heute haben dieses Ziel aber definitiv nicht mehr. Wir reden hier nicht mehr von alternativen Routen, um einen Berg zu besteigen, sondern wir reden heute von spielerischen Arten des Alpinismus und von einer Art des Spaßfaktors, der hier definitiv eine Rolle spielt. Und gerade der Spaßfaktor, der ist vielen Leuten ironischerweise ein Dorn im Auge, denn beim Bergsteigen geht es ja irgendwo um Abenteuer. Und Spaß und Spiel, also dieses spielerische Element, das ist ja eher nicht das, was so die urigen alten Alpinisten in den Alpen tatsächlich sehen. Jetzt ist es aber so, dass Klettersteige über die Jahrzehnte zu einem solchen Spiel geworden sind. Es gibt Sportklettersteige sogenannte und Alpinklettersteige. Und die Alpinklettersteige, die zeichnen sich bis heute dadurch aus, dass sie vielleicht nicht immer durchgehend sind, dass sie manchmal auch deutlich leichter sind, als dass man jetzt wirklich ordentlich Armkraft braucht. Vielleicht sind es A-Steige, B-Steige, vereinzelt vielleicht sogar auch C-Steige. Aber im Großen und Ganzen sprechen wir hier von eher niedrigeren Schwierigkeiten. Und trotzdem eignen sich diese Steige am besten, um einen Berg zu besteigen. Viele Klettersteige würde man heute auch gar nicht mehr so nennen. Zum Beispiel gibt es hier in Innsbruck an der vorderen Bandjoch-Spitze einige seilversicherte Passagen. In manchen uralten Führern stand dieser Berg dann noch als kleiner oder kurzer Klettersteig oder seilversicherter Steig drinnen. Ein echter Klettersteig ist das aber heute definitiv nicht. Ganz im Gegensatz dazu gibt es aber zum Beispiel gleich nebenan den Innsbrucker Klettersteig. Das ist mit Abstand einer der berühmtesten hier im Inntal. Und der ist definitiv als ein alpiner Klettersteig zu bezeichnen. Er ist teilweise auch sehr schwer. Teilweise ist er auch sehr gut abgesichert. Aber teilweise gibt es eben Gehgelände ohne jegliche Absicherung. Teilweise hat man eine Absicherung, bewegt sich aber im alpinen Gelände. Das heißt, man hat nicht diese Sicherheit und Infrastruktur der Zivilisation, sondern wir bewegen uns wirklich im Gebirge. Dem gegenüber stehen natürlich die Sportklettersteige. Und die sind eben eigentlich ja nur auf Spiel und Spaß ausgelegt. Das heißt, man hat, man fängt einfach unten irgendwo beim Parkplatz möglichst nah am Auto an und steigt dann einen kurzen, sehr, sehr schweren Klettersteig rauf. Oftmals sehr, sehr schwer. Und oben irgendwo endet er dann, vielleicht bei einem, bei einem Wanderweg oder so. Und dann kann man quasi über den einfachen Wanderweg wieder absteigen zum Auto. Ist diese Art des Alpinismus, wenn man das jetzt mal unter Anführungszeichen setzen würde, legitim? Ja, auf jeden Fall. Legitim und erlaubt ist das definitiv. Alles, was jemand anderem nicht schadet und alles, was einem, ja, was den anderen die Freiheiten nicht nimmt, das sollte definitiv auch in den Alpen erlaubt sein. Ob es Alpinismus ist, naja, darüber kann man natürlich streiten. Aber Klettersteige, die sind ja deswegen gerade so brisant und ein Thema, das gerne debattiert wird, weil wir uns, weil wir hier eine Entwicklung beobachten und diese Entwicklung beobachten viele Experten, selbsternannte Experten, aber auch einfach erfahrene Alpinisten, ja, vielleicht mit einem etwas weinenden Auge, vielleicht etwas kritisch, weil sie der Meinung sind, dass die Entwicklung in eine falsche Richtung geht. Und da muss man sich jetzt aber trotzdem auch ganz klar fragen, warum gehen diese Personen davon aus, dass es eine falsche Entwicklung gibt? Falsch, das impliziert ja irgendwo, dass es eine richtige, einen richtigen Weg oder eine richtige Lösung für den Alpinismus gibt. Dabei muss man aber bedenken, dass Alpinismus immer schon Freidenken war. Das Freidenken hieß immer, dass es quasi die eigene Aufgabe ist, sich einen Weg zu suchen, einen Weg zu finden, diesen Weg auszuprobieren, eventuell zu scheitern, woanders wieder zu probieren und dann vielleicht Erfolg zu haben. Das war das freie Denken und das Kreativsein, das im Alpinismus schon seit den 40er Jahren irgendwo mehr oder weniger impliziert war. Das freie Denken, das hätte eigentlich auch beinhalten dürfen, dass wir die Alpen so modifizieren, wie wir sie brauchen und haben wollen, um unseren größt, den größtmöglichen Nutzen daraus zu ziehen. Jetzt ist es aber so, dass die Alpinisten, die diesen Ansatz, diesen alpinen Charakter der Berge so schätzen, plötzlich anfangen, ins Hadern zu kommen. Denn sie wollen ja einerseits diesen freien Gedanken, diese freie Welt haben. Auf der anderen Seite können sie aber manchmal auch nicht ganz damit umgehen, dass die freie Welt von anderen nicht so genutzt wird, wie sie sich das vorstellen. Und da ist es manchmal ganz spannend, weil da hört es sich mit der Toleranz dann auch relativ schnell mal auf. Denn tolerant bin ich nur so lange, solange die anderen auch das machen, was ich mir vorstelle. Und das ist natürlich ein Problem. Die Problematik, die entwickelte sich dann über die letzten 10 bis 15 Jahre dahingehend, dass wir heute ein großes Meer an Sportklettersteigen in den Alpen haben, die definitiv eine ganz neue Klientel von Bergsteigern anlockt. Und vor kurzem habe ich im Livestream eine Dokumentation oder eine Repertage vom Bayerischen Rundfunk, die ist ganz, ganz großartig, gesehen. Sie hieß Hybris am Berg, hatte aber nochmal einen anderen Untertitel. Und da ging es auch zum Beispiel um den Grünsteinklettersteig. Und ich persönlich kannte den Grünsteinklettersteig noch nicht. Ich muss sagen, ich war am Grünstein noch nie. Diese sehr überlaufenden Berge, die haben mich noch nie so angezogen. Und deswegen kenne ich ihn nicht. Aber ich fand, es war ein wahnsinnig beeindruckendes Bild, das man da bekommen hat von der Klientel. Und damit meine ich, das meine ich jetzt überhaupt nicht abwertend, also das Wort Klientel, sondern einfach nur diese Art von Mensch, die jetzt in den Klettersteigen unterwegs ist. Und ich kann es auch irgendwo nachvollziehen, dass sich das verändert hat. Aber jetzt schauen wir nochmal kurz zurück auf die Alpinisten. Denn die Alpinisten, die wollen natürlich, dass Alpinisten irgendwie auch mehr oder weniger unter sich bleiben. Und die Alpinisten natürlich keine Klettersteige haben wollen. Aber wenn jetzt, wieder zurück zum freien Gedanken, die Leute sagen, sie wollen diese Klettersteige, dann kommen natürlich die alpinen Vereine, aber auch private Personen, die vielleicht eine Hütte da in der Nähe haben oder so und dementsprechend davon profitieren könnten, und machen diese Klettersteige. Wer will es ihnen verdenken? Angebot und Nachfrage, könnte man sagen. Ganz einfaches Prinzip. Die Sache ist jetzt nun, die Alpinisten sind nicht so ganz glücklich darüber, dass jetzt plötzlich überall Sportklettersteige aus dem Boden sprießen. Ich muss persönlich auch sagen, ich bin es vielleicht auch nicht unbedingt. Aber auf der anderen Seite muss man natürlich auch irgendwo liberal sein. Man muss auch sagen, Sportklettersteige sind eine neue Spielart des Alpinismus geworden. Ob man das jetzt Alpinismus nennen möchte oder nicht, das sei jetzt mal dahingestellt. Interessanterweise, und da gehe ich jetzt auf ein Video ein, das heute erscheint, das gibt es diese Ansicht auch unter anderen Alpinisten, dass das mit Alpinismus nicht viel zu tun hat, aber dass es trotzdem irgendwo einen Platz haben sollte. Simon Messner beispielsweise, der war hier auch im Interview schon mal, und den habe ich interviewt, und der war der Meinung, naja, er sieht das auch so. Also Alpinismus ist das irgendwo nicht, aber es geht um ein, es geht um ein grundsätzliches gesellschaftliches Problem, das man hier an der Wurzel packen müsste, bevor man darüber diskutiert, ob es zu viele Klettersteige gibt oder nicht. Viel weiter hat er den Gedanken nicht ausgeführt, aber mich persönlich hat er absolut nicht losgelassen, der Gedanke, denn wir sprechen hier tatsächlich von einem gesellschaftlichen Problem. Immer öfter lese ich auch in den Nachrichten, aber auch vor allen Dingen in den sozialen Medien, von der sogenannten Vollkasko-Gesellschaft und den Vollkasko-Bergsteigern. Die wollen sozusagen immer versichert sein und die wollen wissen, wenn sie irgendwo ein Problem haben, dann können sie jederzeit den Helikopter als Hüttentaxi verwenden und sind eigentlich immer oder sehr, sehr selten, sind definitiv sehr selten exponiert oder tatsächlich in einer vielleicht ansatzweise gefährlichen Situation. Insofern kann man davon sprechen, dass diese Leute das wahrscheinlich auch einfach gar nicht wollen, denn diese Herausforderungen, die gibt es ja noch. Und dementsprechend muss man sagen, dass wir ja uns jetzt nichts gegenseitig so richtig wegnehmen, wenn wir hier Sportklettersteige einrichten. Aber es geht natürlich um eine Entwicklung, wo man sagen kann, vielleicht haben die eingefleischten Uraltalpinisten recht, wenn sie sagen, dass unsere Berglandschaft in dem Sinne durch die ganzen Sportklettersteige weggenommen wird, weil wir einfach keinen alpinen Charakter mehr in vielen Bergen finden, weil sie einfach vom Massentourismus mehr oder weniger zerstört werden. Und da muss man sich jetzt vielleicht kurz, wenn man dieses Argument verstehen will, auch damit beschäftigen, warum Klettersteige eigentlich so beliebt sind und eigentlich so eine große Fangemeinde gefunden haben. Die Klettersteige sind sicher. Und natürlich sind sie nur vermeintlich sicher, dazu komme ich gleich, aber sie fühlen sich sehr, sehr sicher an. Und dieses subjektive Gefühl der Sicherheit, das macht beim Menschen sehr, sehr viel aus. Objektive Sicherheit, das ist eigentlich vollkommen irrelevant, wenn die subjektive Wahrnehmung das nicht bestätigt. Man denke zum Beispiel an ein Flugzeug. Wenn Leute mit absolut dramatischer Flugangst in ein Flugzeug steigen, dann wird das Fliegen per se objektiv gesehen dadurch nicht unsicherer. Also es wird nicht unsicherer dadurch, dass sie im Flugzeug sitzen. Die interessante Idee ist aber, dass die Leute nicht interessiert, vor allen Dingen die Leute, jetzt reden wir hier natürlich von einem Unsicherheitsfaktor, aber warum das jetzt gerade Sinn macht, dazu komme ich gleich. Die Idee ist es natürlich, diesen Leuten zu erzählen oder einzureden, dass es hier objektiv kein Problem gibt. Es wird ihm aber subjektiv in der Regel scheißegal sein. Und wenn wir das Ganze jetzt umdrehen, dann sind wir bei dem Klettersteig. Wir können den Leuten nämlich sagen, dass Klettersteige sehr gefährlich sind oder sehr gefährlich sein können. Es ist ihnen aber scheißegal, denn subjektiv fühlt sich die Sache sehr, sehr sicher an. Beim Klettern beispielsweise finden wir wieder ganz andere Bedingungen. Hier muss man nämlich deutlich differenzierter denken. Hier gibt es sehr, sehr sichere Kletterrouten, die sich subjektiv vielleicht sehr unsicher anfühlen. Und dann gibt es extrem gefährliche Kletterrouten, die sich subjektiv aber dann wieder sehr sicher anfühlen. Da wäre zum Beispiel das klassische Klettern im vierten Grad im brüchigen Gelände. Da ist oftmals nur sehr, sehr schlecht abzusichern und dementsprechend ist es natürlich gefährlich zu stürzen. Da fühlt man sich aber irgendwie doch sicherer. In einer Pläsierroute, an den eigenen Leistungsgrenzen fühlt man sich manchmal subjektiv deutlich gefährdeter als es eigentlich ist. Denn überall ist ein Bohrhaken, diese Bohrhaken sind relativ solide verankert und so weiter. Aber zurück zum Klettersteig. Wir haben am Klettersteig dieses Problem, dass der Klettersteig nie richtig den Leuten erklärt wurde. Eine Sache, die übrigens Kurse nicht verbessern. Die Klettersteigkurse, die gehen leider oft auf den technischen Aspekt der Klettersteige ein. Die erklären oft, dass man nicht da rein stürzen sollte, dass man sich eine Bandschlinge mitnehmen sollte und so weiter. Die erklären sehr viele sich als relevante Details. Aber die Message kommt nachweislich bei den Leuten nicht an. Wenn man Einsteiger beim Sportklettersteigen fragt, was sie glauben, das passiert, wenn sie jetzt in einer senkrechten Passage stürzen, da kommt nicht viel zurück. Sie denken sich halt, man stürzt halt und fällt man halt in dieses Seil rein. Also ich glaube, es braucht hier viel mehr Aufklärung und viel mehr Sensibilität für das Thema Gefahr am Klettersteig. Und deswegen werde ich auch dazu ein sehr ernstes und sehr klares und deutliches Video in naher Zukunft machen. Denn das Problem ist, dass die Einstiegsschwelle und damit natürlich auch die Hemmschwelle bei Klettersteigen sehr niedrig ist. Man hat immer ein Seil, das ist immer mehr oder weniger ein sehr guter Griff. Und die individuellen Schwierigkeiten eines Klettersteigs, die sind einem damit dann immer eigentlich egal. Also die sind einem insofern nicht so wirklich bewusst, weil im Zweifelsfall haltet man ja immer noch das Seil und man kann sich ja auch in die Bandschlinge setzen. Es gibt aber genug Beispiele, dass das einfach nicht wirklich funktioniert und dass hier einfach in vielen Fällen nicht schnell genug reagiert wird beispielsweise oder nicht richtig reagiert wird und somit dann lebensgefährliche Unfälle passieren. Oftmals sterben auch Leute in Klettersteigen. Das wird oftmals leider aber nicht so richtig zelebriert, unter Anführungszeichen natürlich. Es kommt nie so richtig in den Medien hervor, dass die Menschen nicht nur deshalb am Klettersteig abstürzen, weil sie ohne Klettersteigset unterwegs sind, sondern dass sie manchmal auch abstürzen, weil sie einfach einen fatalen Fehler machen, von dem sie selber gar nicht dachten, dass es ein Fehler ist. Das heißt, die Leute sterben manchmal an Unwissenheit und das ist natürlich doppelt traurig und ich bin der Meinung, das hat eigentlich niemand verdient. Und auch die Leute, die aus Unwissenheit da oben unterwegs sind und einfach die Situation nicht richtig einschätzen können, denen sollte man definitiv keinen Vorwurf machen. Man sollte jenen einen Vorwurf machen, die das Klettersteiggehen als solches, als so eine Kleinigkeit präsentieren, als so etwas Niederschwelliges, so etwas Sanftes zum Einsteigen. Ich als jemand, der Klettersteige geht, Bergsteigen geht, also jede Disziplin des Bergsports betreibt, da kann ich schon sehr gut sagen, Klettern beispielsweise ist in vielen Punkten weitaus sicherer als das Begehen eines Klettersteigs. Ich falle zehnmal lieber in ein Seil, in ein Kletterseil, als in das Klettersteigset. Und das hat diverse Gründe und vor allen Dingen liegt es aber eben auch daran, weil ich weiß, was passieren kann, wenn am Klettersteigset der Wandfalldämpfer aufgeht und man letztlich sehr weit im Stahlseil nach unten rutscht in einer senkrechten Passage zum Beispiel. Das sind schwere Verletzungen, kann natürlich trotzdem auch noch immer tödlich ausgehen. Gerade wenn man zum Beispiel keinen Helm hat, dann zieht der Druck einen auf einmal so zur Wand hin, dass man, wenn man mit dem Kopf dagegen aufschlägt, natürlich auch gute Chancen hat, dass man das nicht überlebt. Beim Klettern, beim klassischen Seilklettern, da haben wir immer ein dynamisches Seil dabei. Natürlich, es kann auch gefährliche Situationen geben, gerade wenn es flacher ist, da kann man sich schon ordentlich wehtun. Aber mit einem intakten Seil, mit guten Sicherungen, mit vielleicht vernünftigen Bohrhaken, aber auch guten selbstgelegten mobilen Sicherungsmitteln, da kann nicht viel passieren. Also Klettern ist ein sicherer Sport. Und Klettersteige sind auch ein sicherer Sport. Das Problem ist nur, dass Klettern ein sicherer Sport ist, weil egal wie blöd du dich anstellst, wenn du die technischen Fähigkeiten hast, dann kann ab diesem Punkt eigentlich nichts mehr passieren. Die gefährlichsten Momente im Klettern sind quasi das erste Jahr und dann nach dem zehnten Jahr. Denn dann kommt diese Routine rein und dann wird es gefährlich. So sagt man. Oder es gibt auch manche Leute, die sagen, nach fünf Jahren ist man schon so in der Routine drin, dass es wieder gefährlich wird. Aber ich glaube, der Punkt ist klar. Beim Klettersteig gehen ist der Klettersteig, egal wie kompetent ich bin und egal wie gut ich die technischen Fertigkeiten drauf habe, in einem falschen Moment ist der Klettersteig immer noch brutal gefährlich und kann mich das Leben kosten. Auch mit einem Klettersteigset. Und ich finde, dass genau diese Message zu wenig kommuniziert wird. Das Interessante ist aber, wenn man jetzt in die Klettersteige direkt hineinschaut, machen wir einen Ausflug in einen Klettersteig, dann sehen wir oft eine Überforderung bei den Menschen. Und diese Überforderung, die rührt auch daher, dass den Menschen einfach aus dem Instinkt heraus schon bewusst wird, dass wir ja von einer saugefährlichen Situation ausgehen müssen. Nur im Vorhinein ist das irgendwie nicht so klar, weil es eben nicht klar kommuniziert wird. Und da mache ich natürlich auch allen Leuten einen Vorwurf, die Klettersteige als niederschwelligen Einstieg in den Bergsport bezeichnen wollen. Das ist ein Irrtum. Erstens ein Irrtum und zweitens eine fahrlässige Aussage, weshalb ich an dieser Stelle dem jetzt entgegenwirken möchte und sagen will, Klettersteige sind als das zu betrachten, was sie sind. Sie sind einfach im Handling, aber sie müssen beherrscht werden, da sie sonst lebensgefährlich sein können. Und wer das nicht akzeptieren kann und will, der hat einfach noch nicht genug gesehen. Und ich möchte niemandem wünschen, einen Menschen zu sehen, wie er im Klettersteig abstürzt, in die senkrechte, in einer senkrechten Passage beispielsweise, ins Stahlseil fällt und sich schwer verletzt oder stirbt. Ich möchte es niemandem wünschen. Aber viele Leute sind sich der Gefahren einfach nicht bewusst und geben dieses Unwissen aber dann weiter. Insofern, wenn ihr berühmter, berühmter sage ich schon, wenn ihr erfahrene Klettersteiggeher seid und euch sehr sicher fühlt, dann übertragt diese Sicherheit bitte nicht auf andere Leute. Fangt mit den Leuten da an, wo man anfangen sollte, nämlich ganz unten und bei A und A, B und vielleicht B Klettersteigen, aber nicht in den Sport Klettersteigen. Deswegen bin ich der Meinung, dass der niederschwelligste Einstieg in den Bergsport das Bergsteigen ist und nicht die Klettersteige. Klar, beim Klettern, bei den Klettersteigen, da kriege ich ein Gespür für den Fels, da kriege ich ein Gespür für die Reibung. Man kann sich aussuchen, nehme ich mehr das Seil, nehme ich weniger das Seil, will ich mich selber fortbewegen und so weiter. Natürlich, das funktioniert alles, kann man alles machen, aber das ist für mich kein niederschwelliger Einstieg, denn die Konsequenz ist enorm und niederschwellig bedeutet für mich leicht zu managen. Ein C- oder CD-Klettersteig, wie eben viele Sportklettersteige nun mal aufgebaut sind, das ist kein niederschwelliger Einstieg, das ist für viele eine blanke Überforderung und eine Katastrophe. Insofern, bitte lasst das sein. Fangt mit den Leuten, die ihr in den Bergsport reinführen wollt, nicht mit Klettersteigen an, auch nicht unbedingt mit Seilklettern, das kann auch überfordernd wirken, wenn man nicht gut geschult wird. Aber wenn man die zuerst in die Berge mitnimmt, wo vielleicht Alpinklettersteige im Schwierigkeitsgrad A, A, B versichert sind, dann kann man ein Gefühl dafür entwickeln, wie der Fels so ist, man kann leichte, man kann das Seilhandling üben, man kann auch die Konsequenzen sich mal durchdenken, man kann sich das alles in Ruhe anschauen, weil A-Klettersteige, das sind meistens G-Gelände mit Absicherung. Insofern, da gibt es viel mehr Platz, viel mehr Raum, viel mehr zeitlichen Spielraum dafür, dass man zum Beispiel einfach auch mal vielleicht keinen Fehler macht, aber über Fehler oder mögliche Fehler, kurz bevor sie passieren, sprechen kann. In einem Sportklettersteig, in dem man meistens selber ja schon sehr gefordert ist, zum Beispiel in einem D-Klettersteig, dann jemanden auch noch betreuen müssen, der vielleicht gerade damit anfängt, das kann einfach nicht gut gehen. Und deswegen appelliere ich an alle Zuhörer, nehmt die Klettersteige ernst. Und wenn ihr auf YouTube Videos seht, was für ein großer Spaß so Sportklettersteige sind, dann werdet euch in erster Linie mal bewusst, dass es sich hier um einen gefährlichen Sport handelt und nicht um eine Lächerlichkeit oder eine Kleinigkeit oder eine Spielart. Es ist eine Spielart für all jene, die schon viel gesehen haben, die schon viel gemacht haben, die vielleicht auch viele Klettersteige schon gemacht haben, vielleicht selber auch Seilklettern oder Alpinklettern gehen. Die, für die ist es eine Spielart. Aber wir können diesen Gedanken einfach nicht von A nach B übertragen. Ich kann als jemand, der vielleicht schon 100 oder 150 Klettersteige gemacht hat, ich kann als jemand sagen, das ist eine Spielart des Alpinismus. Aber jemand, der noch nie einen Klettersteig gemacht hat, der würde vielleicht mit dem Wort Spielart eine vollkommen falsche Assoziation bilden und dann wahrscheinlich maßgeblich überfordert werden und vielleicht sich auch in ernsthafte Gefahren bringen. Dieser Exkurs in die Idee hinter Klettersteigen und auch in die Problematik hinter Klettersteigen ist eine wichtige Information, eine wichtige Information, um zu verstehen, warum viele Alpinisten sich heute gegen Klettersteige aussprechen. Ich spreche hier als jemand, der sich nicht gegen Klettersteige ausspricht, aber die Argumentation jener, die etwas dagegen haben, sehr gut nachvollziehen kann. Ich kann sie nachvollziehen. Ich kann sie nicht in allen Punkten verstehen, aber ich verstehe insofern, dass sie natürlich verärgert sind, dass es mehr Unfälle gibt, weil mehr unerfahrene Leute in den Bergen unterwegs sind, weil man ihnen eben den Eindruck vermittelt, dass es niederschwellig ist und dass es ein leichter Einstieg in den Bergsport ist. Die Alpinisten, die vor allen Dingen ja auch ein bisschen mit ihrem Stolz zu kämpfen haben, weil sie schließlich lange kletternd unterwegs waren und trainieren mussten, um fit zu sein und vielleicht, weiß ich nicht, irgendeine Wand, wo heute ein Sportklettersteig verläuft, in einer extrem komplexen Mehrseillängenroute, sehr gefährlich, sehr schwierig, sehr ausgesetzt, wie auch immer, meistern mussten und jetzt auf einmal ist da ein Klettersteig und jeder kommt drauf. Plötzlich wird die eigene, extrem besondere Leistung mehr oder weniger entwertet, weil plötzlich jeder auf diesem Gipfel stehen kann und das ist natürlich auch irgendwo für viele Alpinisten ein Angriff auf den Stolz und die eigene Ehre oder ob man das jetzt sinnvoll oder sinnlos finden kann, klar, da können wir drüber diskutieren, aber Fakt ist natürlich, dass diese Leute auch aus dieser fast schon gedemütigten Haltung heraus argumentieren und argumentieren müssen und deshalb sollte man es ihnen jetzt vielleicht auch nicht allzu übel nehmen und vielleicht ein bisschen mit Verständnis hier auch, ja, mit Verständnis ihnen entgegenkommen. Natürlich haben Klettersteige und gerade die Sportklettersteige, ihre Daseinsberechtigung und ich will auch niemandem sagen, dass er sie nicht machen soll. Ich will vor allen Dingen zwei Sachen sagen. Erstens mal, ein Sportklettersteig hat mit Alpinismus so viel zu tun, wie jemand, der bei KFC Chicken Wings ist und Veganer ist. Es ist einfach nicht unbedingt das Gleiche und es ist in gewisser Weise auch ein Widerspruch in sich. Alpinismus hat per Definition natürlich irgendwo das Abenteuer, die Ausgesetztheit, die Gefahr, aber auch die, eben diesen, diesen Gedanken des freien Tuns und des freien Denkens und des freien Umsetzens. Ein Klettersteig leitet einen. Es ist eine Autobahn nach oben und wenn man bei der Autobahnausfahrt angekommen ist, fährt man ab und ist oben und ist am Ziel angekommen. Das ist mit Alpinismus in dem Sinne nicht vergleichbar. Aber das muss es auch nicht sein. Das will ich auch gleich sagen. Nicht jeder Mensch muss ein Alpinist sein. Das ist doch Blödsinn. Es ist doch, es geht darum, es geht nicht um Begrifflichkeiten. Es geht nur darum, dass man hier nicht vermischen sollte. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, dass wir den Leuten nicht weiterhin klar, also nicht weiterhin einreden sollten, dass es eine, dass es eine leichte Art ist, in den Bergsport zu kommen. Das ist es nämlich nur bedingt. Es ist leicht, aber es ist gefährlich. Und gerade für jemanden, der es vielleicht als zu leicht einschätzt, für den wird es besonders gefährlich. Insofern ist es, gut, wenn die Leute über Klettersteiger natürlich auch in den Bergsport kommen, denn es ist ja immer schön, wenn man Leute um sich hat, die mit den gleichen Hobbys und Interessen und Leidenschaften unterwegs sind, wie man selber. Aber man sollte bedacht vorgehen und man sollte sich vorher mehr Gedanken darum machen, wie könnte ich das jetzt richtig umsetzen, damit das nicht in einer halben Katastrophe endet. Überforderte Klettersteiggeher sehe ich zuhauf und ich finde, das ist auch irgendwo traurig, weil ich glaube nicht, dass wir das brauchen. Ich glaube, mit dem richtigen Framing, mit der richtigen Aufklärung und mit den richtigen Worten zu Beginn einer Karriere im Bergsport, wie man jetzt auch immer Karriere auslegen möchte, glaube ich, lassen sich solche Dramen am Berg auch mehr oder weniger verhindern. Und wenn ich Leute mit einem Klettersteigset in einer Gürtelschlaufe am Berg sehe, dann weiß ich, dass es an ganz vielen Ecken und Händen an Aufklärung fehlt. Und Leuten zu sagen, naja, sie sind ja selber dafür verantwortlich, wenn ich meine Videos oder Bilder auf Instagram oder so teile von geilen Sportklettersteigen, dann müssen sie selber wissen, ob sie das können oder nicht. Das ist natürlich richtig, die Eigenverantwortung gilt und greift hier definitiv, aber trotzdem kann ich da nicht einfach drunter schreiben, super geiler Anfängersteig, wenn dem nicht so ist. Und die Leute, die man hier auf Gedanken bringt, die kennen wir alle nicht und dementsprechend dürfen wir uns auch nicht anmaßen zu beurteilen, ob das für die Anfänger tauglich ist oder nicht. Aber wir tun ja unter Anführungszeichen auch so, weil es natürlich geil ist, wenn die Leute, wenn sie Anfänger sind, sich viele Referenzen im Internet anschauen. Und das ist aber meiner Meinung nach ein Problem. Etwas als Anfänger tauglich oder als Einsteiger freundlich zu bezeichnen, ist ein relativer Begriff. Einsteigerfreundlich ist nicht immer einsteigerfreundlich. Ja, ein A-Klettersteig ist ein guter Einstieg in die Welt der Klettersteige. Das ist anfängerfreundlich. Das Problem ist aber, dass ich vielleicht so weit weg bin von A-Klettersteig, mental, physisch, psychisch, wie auch immer, dass ich vielleicht noch so weit weg bin davon, dass auch ein A-Klettersteig für mich nicht geeignet ist. Aber einsteigerfreundlich suggeriert natürlich, dass ich als Einsteiger das machen kann. Und das ist ein falsches Framing der Situation. Und das ist leider, und da bin ich jetzt ganz hart, ganz bewusst zu gewählt, weil man damit Aufmerksamkeit kriegt. Aber das darf eigentlich nicht sein. Und da sollten wir uns mehr alle miteinander in die Verantwortung nehmen und sagen, ja, ja, der Steig ist leicht, aber bist du definitiv auch fit dafür? Weil schauen wir uns das vielleicht mal genauer an. So, ja, wenn wir das so machen würden, dann würde das vielleicht alles die Sicherheit in den Bergen erhöhen. Und einfach nur zu sagen, ja, das ist mir doch egal, das ist Eigenverantwortung, ich bin dafür nicht verantwortlich, das ist lächerlich. Darüber habe ich auch schon mal eine Podcast-Episode gemacht, da werde ich mich jetzt auch nicht weiter dazu äußern. In diesem Sinne, Klettersteige sind etwas Schönes, ich bin persönlich froh, dass es sie gibt, ich finde, sie sind eine interessante Abwechslung, ich selber mache nicht so viel Klettersteige, aber es ist natürlich toll, wenn es sie gibt und wenn Leute das Angebot nutzen und ich finde es großartig, dass Freiwillige sich immer wieder darum kümmern, dass diese Klettersteige auch fit sind und saniert sind und somit viele Leute an Orte und Flecken kommen, an die sie vielleicht über das Klettern zum Beispiel nicht kommen würden, weil sie nicht klettern können oder so. Trotzdem möchte ich hier an dieser Stelle auch sagen, Klettern ist etwas ganz, ganz, ganz Schönes, gerade am Fels. Ich möchte jedem empfehlen, auch mal das Felsklettern auszuprobieren, vielleicht in einem Klettergarten oder bei so einem Schnuppertraining oder einem Schnupperkurs, wo man einfach mal den Fels auch mit einem Seil angreifen kann und nicht nur die ganze Zeit am Stahlseil hängt. Das ist etwas ganz anderes, das ist eine deutlich intensivere Erfahrung, ein deutlich intensiveres Erlebnis. Felsklettern sollte meiner Meinung nach bald diesen Trend am Stahlseil entlang zu wandern ersetzen, denn das Felsklettern ist etwas ganz Großartiges und ich weiß, da kommen jetzt ganz viele und sagen, nein, mach bloß nicht das Felsklettern berühmt und beliebt, wir wollen unsere Ruhe haben. Ja, aber so ist das nun mal im Leben. Ich möchte nämlich den Leuten die schönen Dinge im Leben nicht vorenthalten, nur weil ich sie für mich alleine haben will und leider gibt es in der Kletter-Community da viele Leute, die so denken. In diesem Sinne hoffe ich, dass euch die heutige Episode so ein bisschen ein Ausflug in den Alpinismus, vielleicht ein Ausflug in die Vergangenheit, aber vor allen Dingen ein Ausflug in die heutige Zeit mit den Klettersteigen gefallen hat. Wenn ja, würde es mich natürlich freuen, wenn ihr auf YouTube dem Video einen Daumen nach oben gebt, den Kanal abonniert, klar, und wenn euch meine Arbeit gefällt, freut es mich natürlich, wenn ihr mich über PayPal oder Patreon unterstützt. Alle Infos dazu findet ihr in der Podcast-Beschreibung oder in der Videobeschreibung auf YouTube. In diesem Sinne hoffe ich, ihr habt natürlich noch eine schöne neue Woche und bis zum nächsten Mal wünsche ich euch wie immer Bergheil! Bis zum nächsten Mal.